Vor langer, langer Zeit lebte eine handysüchtige Liz in Parkhaven. Diese hat einst ein Video gesehen über einen Film, den sie unbedingt nachspielen wollte. Oh mein Gott, Leute! Ey, kennt ihr schon diesen Film? Red mit dem roten Panda. Oh mein Gott, ich hab eine Idee dafür. Und zwar, wie wär's, wenn wir uns verkleiden als den roten Panda und dann Leute empfehlen? Nein, das heißt, wir werden Leute klauen mit Autos und werden die dann irgendwo einsperren. Das wird bestimmt super lustig. Auf jeden Fall, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, wie ich gerade schon gesagt hab. Heute machen wir mal den Skin vom roten Panda. Ihr kennt wahrscheinlich alle den Film schon. Wenn nicht, ist auf jeden Fall ganz cool der Film, muss ich sagen. Und deshalb, das wird bestimmt super lustig. Sonst, wie gesagt, kommt bald ein Update im Tower Stream. Und ich sag jetzt schon mal so viel, ähm, ich werde euch in den nächsten Tagen dazu, ähm, ein Bild zeigen, wie es dann etwa ist, dass ihr euch sowas dafür vorstellen könnt. Aber ich sag mal so viel, das wird das teuerste Update bis jetzt aller Zeiten. Und das coolste Update auch aller Zeiten. Also, das wird richtig cool. Und darum schaut dann super gerne vorbei. Das, ähm, wird jetzt aber trotzdem noch ein paar Tage dauern, auf jeden Fall. Sonst lasst super gerne ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, starten wir einfach mit dem Video. Also, wir sind schon ganz viele Leute. Ich bin wieder an meiner wunderschöne Uhrzeit heute hier. Ich bin gerade um 9.28 Uhr hier. Das heißt, es sollten jetzt auf jeden Fall nicht so viele Deutsche da sein. Und das heißt, es wird auf jeden Fall super. Es sind ganz viele Spanier, glaube ich. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das Spanier ist. Kann ich nicht ganz genau sagen. Warte mal, steht was. Du hast nicht mal was draufgeschrieben, Herbert. Gut, machen wir uns erstmal mit dem Skin. Wir müssen mal gucken, ob wir den wie in ProCam machen können. Oder ob wir den nur in Roblox machen können. Weil es ist natürlich super cool, wenn es auch um ProCam geht. Nur, da ist man natürlich immer ein bisschen eingeschränkt. Katze. Vor allem, welcher Mensch macht das rein? Ah, das sieht wirklich, wirklich, wirklich schlecht aus. Es scheint nicht so, als ob es das wirklich hier gibt. Das heißt, ich mache noch eine kleine andere Sache. Und zwar werde ich mir so eine kleine Maske kaufen in Roblox. Die ich mir dann halt aufsetze, dass wir halt so ein bisschen so aussehen. Ihr versteht, ihr versteht. Ich hoffe, ihr versteht. Aber ich verstehe Bill bestimmt, weil ihr seid ja cool und schlau. Okay, Maske sitzt drauf. Wir müssen also noch den Skin kurz nehmen. Wupp. Ähm, ich habe mich umgedreht. Hallo Leute. Sieht die geil aus. Okay gut, das heißt, das haben wir schon mal. Jetzt müssen wir halt nochmal machen. Oh nein, den Schatten kommt. Das ist natürlich der einzige Nachteil. An einem öffentlichen Server kann ich die Zeit nicht so einstellen. Wir müssen uns erstmal jetzt die Haare weg machen. Weil ein Panda hat ja keine Haare. Und wir müssen auch noch unsere Hautfarbe dann machen. Die müssen wir auch in so einen Orange machen. Ja, irgendwie sowas hier. Ja, dann nehmen wir das hier. Gut, aber nicht rot war es ja eigentlich. Ja gut, das ist wieder zu dolle. Das sieht euch mal aus wie ein Panda. Einigen muss erstmal auch das hier. Oder wir können auch so ein Orange. Das ist gut. Nee, das ist auch wieder nicht. Man, ist alles irgendwie blöd. Okay, warte noch. So, das heißt, wir haben das hier. Jetzt brauchen wir noch andere Kleidung passende. Gibt es überhaupt passende Kleidung für den Panda? Gibt es Kleidung für den Panda? Oha. Roblox hat keine Kleidung für Panda reingemacht. Also, das finde ich schon echt hart, muss ich ehrlich sagen. Keine Kleidung für Panda, das ist schon sehr gemein. Na, irgendwie, nee. Warte, ich brauche irgendwas passendes. Gibt es irgendwas hier bei den Anzügen? Ja, das passt doch. Gut. Dann bin ich jetzt ein, ähm, gruseliger... Jetzt bin ich eine gruselige Frau mit einer Panda-Maske. Ähm, ja, normal, normal. Und, natürlich, wie es sich gehört, ein Sträflingsanzug. Also, als ob ich frisch aus dem Gefängnis komme. Gut, oh mein Gott. Was ist das? Du siehst aus wie... Wisst ihr was? Wir sperren uns ein. Er will mich mitnehmen. Oh, ich bin wieder aufgestanden. Bleib hier. Ich entführe dich. Du kannst vergessen, dass du abhaust. Du kommst mit. Ja. Wir haben ihn. Auf geht's. Wir fahren ab. Warte, wir machen mal kurz eine Spritztour. Das ist, was klappt. Oh, mein Gott. Wie geil. Was hat er eigentlich für ein Skin? Guck dir das Gesicht an. Das ist so doll realistisch irgendwie, der Roblox. Das ist gruselig. Ups, Unfall. Egal, wir lassen uns nicht aufhalten. Nein. Nein. Wir sind runtergefallen. Oh mein Gott. Wie viele Unfälle baue ich eigentlich? Wieso bin ich so schlecht im Fahrrad in Roblox? Wir brechen in einem anderen Haus ein mit ihm, okay? Ja, now my friend. Gut. Dann gucken wir mal. Warte. Hier oben irgendwo. Guck mal. Da. Haus. Oh mein Gott. Ja. Die hat die Tür zugemacht. Ja. Let me in. Lass mich rein, bitte. Bitte lass mich doch rein. Hallo. Warte mal. Ich habe eine Idee. Ja. Habe ich reingetan. Warte, warte, warte. Ich brauche wieder. Ich brauche ein Bett. Ich brauche wieder. Ja, wir sind drin. Wir sind unsch... Der... Der Nachricht kann der nicht hoch. Ähm. Ist der eigentlich doch da? Oh mein Gott. Guck mal in. Was ist dieses Ehepaar? Oh. Was mache ich hier? Nein. Die hat uns bemerkt. Aufhalten, aufhalten, aufhalten. Warte. So. Äh, äh, äh. Okay, gut. Oh mein Gott. Die ist da. Nein, 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 nein. Du kannst vergessen, dass du uns irgendwie bandst oder so. Äh, wenn ihr wollt, dass ich jetzt sowas nochmal mache, weil ich jetzt weiße irgendwie mit, ähm, mein Gott, ist alles vorbei. Nein! Äh, wenn ihr wollt, dass ich sowas nochmal mache, aber ich bin jetzt in diesem Camouflage, also das heißt, dass ich mich bestimmt kleide, dass man einen dann nicht mehr so einfach sieht und mich dann irgendwo verstecke, wollt ihr, dass ich das nochmal mache, ist bestimmt auch echt lustig. Oh mein Gott, ich stehe da vorne. Ist sie doch da? Hallo? Oh mein Gott, da war sie wieder. Geht doch weg. Oh mein Gott, da ist sie ja immer noch. Oh mein Gott, da ist sie ja immer noch. Okay, wait. Wait, okay? We are friendly. Bitte band uns nicht. Ich habe keine Frau, keine Kinder und keinen Mann und ich bin alleine. Aber ich habe eine Panda-Maske und eine Glatze. Kann sein, dass die Person nicht... Du bist aufgestattet. Wie kannst du das nochmal... Ja, komm, wir gehen. Nein, sie hat mich gebannt. Nein. Nein. Ähm, okay. Das geht so nicht. Die hat uns einfach ehrlich gebannt. Was ist hier eigentlich passiert? Oh, ein Auto. So, im Wasser. Gut. Hab gut gepackt. Hab ich ihn gerne gemacht. Ich bin so gemein. Okay. So, dann haben wir... Außerdem, Leute, lasst gerne ein Abo und ein Like. Da würde mich auch sehr doll freuen. Und... Buff Bacon. Wenn das mal nicht ein wahrer Bacon ist. Der heißt nicht mal Bacon, der ist Beacon. Das ist einfach ein Beacon aus. Das ist einfach ein Beacon aus Minecraft. Wie hieß who private Furious Jumper? Ich hätte es mal das private Fahrzeug von Furious Jumper. Aber wer ist der Furious Jumper? Was geht hier eigentlich ab? Wo ist eigentlich mein Freund? Oh. Kommt niemand hin. Ich bin ein Panda. Ich bin ein Panda. Wollte ich eigentlich noch alle wegnehmen. Kommt. Wir gehen. Ey, hallo? Und du schießt auf mich? Komm, du bist mein neuer Freund. Komm, wir gehen. Komm. Ich sagte, wir gehen. Ich sagte, wir gehen. Warum kannst du so langsam springen? Was hast du denn für eine Internetverbindung? Hey Mann, ihr seid alle gemein. Ihr mobbt mich. Ihr wolltet das so. Dann komme ich mit dem ultimativen Fahrzeug. Was ist das? Was ist das? Wieso? Guck mal, der Fahrzeug. Okay, Sir. Ähm. Wir kommen hier wieder raus. Äh. 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 Nein. Er hat uns gedreht. Da ist jemand. Ja. Er ist von erst, der Typ. Oh mein Gott. Leute. Wir haben jetzt Buffbate für ihn. Ich finde das so geil. Ich finde das so geil. Ja. Ich habe ihn wieder. Wir hauen ab. Kommt heute. Wir sind mir alle egal. Nur du bist mir richtig. Äh. Was ist das für ein Video? Vor allem, was passiert jetzt? Oh mein Gott. Was? Du musst ins Krankenhaus. Du bist verletzt. Hop rein. Äh. weg. Nein. Hallo. Ah. Das ist mein Bild. Mann, bin ich schön. Hallo? Hallo? Lasst mich raus. Okay. Wollt zu. Bett. Was ist mein Auto eigentlich? Das ist wohl deins. Darf ich mein Polizeiauto wieder haben? Ja. Wer hat das angemacht? Wer hat das angemacht? We go home. Komm, wir gehen nach Hause. Ey, hallo? Oh, Melanie. Hallo, Leute. Nein. Nein. Toll. Ich wollte eigentlich da reinfahren. Jetzt bin ich reingefahren. Okay. Äh. Äh. Also, was soll ich jetzt, ähm, sagen? Es ist sehr verwirrend gewesen, aber ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ihr wollt, dass ich nochmal sowas Lustiges mache, wo ich einfach so ein bisschen Blödsinn mache und mich vielleicht halt irgendwie verkleide oder so, schreibt es mir mal super gerne in die Kommentare. Und sonst würde ich sagen, wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Lasst super gerne ein Abo und ein Like da. Und, wie gesagt, schaut super gerne dann in meinen Spieltower Stream vorbei. Das Update kommt jetzt bald. Ist fast fertig. Da fehlen nur noch ein, zwei kleine Sachen. Und das Update wird so geil. Das wird doch für mich echt teuer. Darum hoffe ich natürlich, dass sie es irgendwie wieder einnehmen. Also, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Miau. Wusch. Ich muss sagen Panda. Hihihi.